Herzlich Willkommen zu einer neuen Studienreihe, in welcher wir den Brief des Jakobus studieren werden. Für mich ist es immer schön, wenn man ein Studium eines eigenen Briefes aus der Heiligen Schrift macht. Das gibt einem einen gewissen Fokus, dass man etwas studiert, dass man sieht, was steht nun in diesem Brief. Der Jakobusbrief ist einer meiner Lieblingsbriefe der Heiligen Schrift. Sehr vieles in meinem persönlichen Leben verbindet mich mit dem Jakobusbrief. Vor einigen Jahren habe ich ihn lange studiert und so freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt in unserer Bibelbetrachtung uns dem Studium dieses Briefes widmen. Und die erste Frage, die sich natürlich auch der Lektionsschreiber stellt und auch wir ist wer, hat den Brief geschrieben. Und der Schreiber stellt sich vor. Er sagt Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn, Jesus Christus. So, es ist ein Jakobus. Man nimmt an, es ist der Bruder des Herrn. Es ist derjenige, der die Gemeinde eine Zeit lang in Jerusalem leitete. So, was aber noch viel wichtiger ist, als dass man weiß, wer es geschrieben hat. Wir wissen, dass die Heilige Schrift nicht eine menschliche Schrift ist. Auch wenn Menschen geschrieben haben und wenn hier der Jakobus als der Mensch ist, der ihn schreibt, so glauben wir, dass er unter der Führung des Geistes Gottes schrieb. Und so sehen wir nicht einen Menschen hinter dem Geschriebenen, sondern den Herrn, den Schöpfer, der durch einen Menschen andere Menschen anspricht. Deshalb, wer auch immer er ist und wie er heißt, der diesen Brief geschrieben hat, es ist entscheidend, dass wir verstehen, er kommt von Gott. Und es ist entscheidend, dass wir sehen, dass es Gottes Handschrift ist, die das durch einen Menschen gemacht hat. So, der Jakobusbrief, wenn wir uns wieder ein wenig Dinge aufschreiben. Jakobus ist also ein Brief, der wurde von der Autor, ist der Jakobus und er ist, wenn man so sehen will, der Bruder des Herrn und er bezeichnet sich selbst aber als ein Knecht. Er sagt, er ist ein Knecht und er ist ein Knecht sowohl Gottes, ein als ein Knecht Gottes und Jesu Christi. So, er ist also, er bezeichnet sich interessanterweise als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das zeigt uns und wenn jemand von Gott schreibt, dann macht er das ja mit einer gewissen Autorität. Und wenn der Paulus auf seine Autorität sozusagen hinwies, dann wies er dahin, dass er sagte, ich bin ein Knecht Gottes. Es gibt für einen Menschen auf dieser Welt kein höheres Autoritätsmerkmal, als ein Knecht Gottes zu sein. Wenn der Heiland in der Heiligen Schrift beschrieben wird, in der Prophetie als kommender Messias, so wird er als Knecht beschrieben. So, ein Knecht ist die höchste, wenn man so will, Autorität eines Menschen, wenn er ein Knecht Gottes ist. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass diese Bezeichnung, mit der der Jakobus anfängt, die höchste Autorität eines Menschen ist, der unter Gott steht. Christus war der Knecht, der sagte, ich bin gekommen zu dienen. Und der Paulus und die anderen Apostel, sie haben sich als Knechte, das war damals auch noch das Wort Sklave. Das heißt, sie waren nicht für sich selbst unterwegs, sondern im Auftrag für andere. Letztendlich im Auftrag von Gott. So, wenn er hier unterschreibt mit der Schrift, ich bin ein Knecht Gottes und Jesu Christi, sagt er, ich habe die höchste Autorität, die es für Menschen gibt, die unter Gott stehen. Es gibt keine höhere Bezeichnung für einen Diener Gottes, für einen, der eine Autorität von Gott empfangen hat, außer er ist zum Knecht berufen. Und in dieser Berufung steht der Schreiber, der Jakobus, dieses Briefes. So, wir haben gesehen, wer schreibt und wer sich bezeichnet. Aber noch viel wichtiger ist es, zu wissen, an wen er sich richtet mit seinem Brief. Das heißt, wir brauchen eine Erkenntnis. Wen will er erreichen? Und dann natürlich das Nächste ist, wozu? Warum schreibt er den Brief überhaupt? Was ist der Antrieb, den ihr als Knecht Gottes antreibt, zu schreiben? So, er sagt hier, grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Das heißt, er schreibt an die zwölf Stämme Israels, die in der Diaspora, das heißt, die hin und her verteilt sind auf der Welt. Nun muss man aber verstehen, wenn er an die zwölf Stämme schreibt, dass zu der Zeit, als er an die zwölf Stämme schrieb, die zwölf Stämme nicht mehr existierten. Nicht einmal in der Zerstreuung. Israel, die zehn Stämme waren nicht mehr da. Es gab noch Judah und Benjamin und vielleicht ein paar Leviten, aber die anderen Stämme waren nicht mehr vorhanden. So, an welche zwölf Stämme oder an welche zwölf Stämme, er nennt sie ja auch, er sagt nicht an die Stämme Israels oder an, sondern er nennt sie alle zwölf? An wen schreibt er, wenn die Stämme, an die er schreibt, nicht mehr existierten? Oder wusste es nicht, dass sie nicht mehr existierten? So, warum schreibt er es und zu wem schreibt er? Wen meint er mit den zwölf Stämmen? Nun kann man sagen, naja, er meint alle Christen. Oder er meint alle Nachfolger Jesu. Es ist einfach eine Art der Ansprache, die man so hat, die er so benutzt hat, um das auszudrücken. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit der Interpretation. Aber ich denke, dass es nicht zufällig ist, warum er sagt, er schreibt an die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Was hat er im Blick? Was will er denn erreichen? Und so schauen wir uns doch erst mal an. Was ist das Ziel des Briefes? Aber vorher lasst uns diesen einen Gedanken noch aufschreiben, dass er an die zwölf Stämme Israels schreibt. So, der Autor ist klar. Der Empfänger ist oder sind die zwölf Stämme Stämme Israels. Wir wissen, Israel war schon lange geteilt, aber wir wissen, dass Israel, das die zwölf Stämme inne hatte, war zerstört worden und existierte nicht mehr. Es existierte nur noch Judah. Nur die Stämme in Judah und Jerusalem war noch da. So, er ist der Empfänger. Und um zu sehen, wer die Empfänger sind, um das genauestens zu präzisieren, müssen wir uns natürlich fragen, wozu ist der Brief geschrieben? Schreibt man einen Brief einfach so? Wir sehen die Briefe des Neuen Testamentes, die entstanden, wenn man so aus Paulus Briefen sieht, immer aus einer Not, die da existierte, die Paulus beheben wollte mit dem Brief, den er an sich schrieb. Und auch hier, wenn wir den Jakobus Brief lesen, so geht er und will eine Not beheben, eine Situation, die will er korrigieren, da möchte er etwas tun, damit der Zweck des Briefes oder damit seine Bürde abgetan wird. Wozu schreibt er diesen Brief? Was ist das Ziel des Briefes? Und da müssen wir ein wenig in in dieses, in diesen Brief hineinschauen. Schaut, wenn ich etwas studiere in der Heiligen Schrift, dann ist es wichtig, dass man immer einen Überblick hat. Was ist das Ziel? Man muss wissen, was will er denn, wo will er hinkommen mit dem, was er sagt? Es ist für mich, wenn ich, wenn ich irgendetwas lese, wenn ich mit irgendetwas konfrontiere, ist das immer der erste Punkt, den ich sage, okay, ich lese, ich lese, ich lese, ich lese. Wo will man hinkommen? Und ich weiß, dass wir so alle ziemlich gleichgestreckt sind. Wir wollen immer wissen, den Zweck des Ganzen. Weil wenn wir den Zweck nicht verstehen, dann, ja, wissen wir auch nicht, wohin soll denn die Reise gehen. Und hier finden wir in diesem Brief einen präzisen Zweck. Und der passt wunderbar mit der Einführung, mit dem Empfänger zusammen. So lasst uns ein wenig sehen, wenn wir durch den Brief gehen. Wo will er hinkommen? Und sehr häufig ist es so, dass man schon am Anfang irgendwo sein Ziel formuliert und das am Ende noch einmal bekräftigt. Und so macht es interessanterweise auch der Jakobus. Er sagt hier, nachdem er eine gewisse Einführung gemacht hat, kommt er zu dem Vers 17 und 18. Und dort im Vers 18 wird genau das beschrieben, was er so vermitteln will, nämlich jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Das war der Vers 17. Und jetzt kommt Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Das heißt, wir sind geboren nach dem Willen des Vaters. Wer ist geboren nach dem Willen des Vaters? Der Jakobus kennt die Idee des Johannes, der im Kapitel 1 von dieser Neugeburt spricht und sagt, dass die, die Christus annahmen, nicht geboren sind nach Fleisch und Blut, sondern nach dem Willen des Vaters. Wir lesen dort in Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, das heißt, Fleisches ist hier eines Menschen, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. So, er schreibt hier Menschen, die nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Und wir wissen, das Wort der Wahrheit ist Christus. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, das ist der Beginn, aber wohin führt denn jetzt sein Ziel? Damit wir gleichsam, das heißt hier alle, Erstlinge seiner Geschöpfe seien. So, das ist ein interessanter erster Punkt. Er schreibt Menschen, Menschen, die neu geboren sind, die aus dem Willen Gottes hervorkommen, aber die haben ein Ziel, nämlich sie sollen Erstlinge sein aller Geschöpfe oder aller Kreatur überschreibt oder übersetzt der Luther. So, wozu? Um Erstlinge zu sein aller Kreatur. Erstlinge, da muss man verstehen, worum es geht. Was ist ein Erstling? Erstling ist das, was am Anfang steht. Wenn wir die Texte in der Heiligen Schrift durchkennen, dann sehen wir, dass Gott sich den Erstling seit der Zeit, wo er in Ägypten die Erstgeburt schlug, sich den Erstgeborenen aus dem Volk Israel zur Seite getan hat und sagt, der ist mein. Dann sollte das Volk Israel aus allen Dingen, aus den Früchten, aus dem Öl, aus dem Weizen, den das Erstlinge zu Gott bringen. Das heißt, das, was am Anfang reif wurde, die ersten reifen Getreide oder Früchte, was auch immer es war, waren Gott geweiht. Es war ein, 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 wie soll ich sagen, ein Gesetz, das die Israeliten erfüllen mussten. Wir wissen zu, bei der, in dem, in dem, in den Ablauf des jüdischen Jahres gab es die Erstlingsfrucht zwei Tage, nachdem man das Passa eingenommen hatte, während des, des Festes der ungesäuerten Brote. Und wir wissen, dass dort etwas geschah, was die Bibel als Erstlinge nennt. Dort wurde Christus der Erstling aller, die da schlafen, sagt die Schrift im Römerbrief. Da wurde er zum Erstling, Römer Kapitel 8. Und dort lesen wir Abvers 27. Der Herr, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und hier ist die Idee der Erstling. Er ist der Erstgeborene, er ist auch der Erstgeborene von den Toten. Und das kommt noch deutlicher hervor im ersten Korintherbrief im Kapitel 15. Und hier wird das nochmal sehr deutlich beschrieben, dass Christus derjenige ist, der aus den Toten der Erste ist. Ich suche nach dem Text. Und er steht hier Vers 20 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. So, die Idee der Erstlinge ist eine sehr durchgehende, durch die ganze Heilige Schrift, durch das ganze System der Erlösung. So, an dem Tag der Auferstehung war Christus der Erstling aller Entschlafenen. Aber wir wissen, es standen mit ihm auch Menschen auf, aus dem Grabe, die nicht mehr starben, sondern die er als Erstlingsfrucht mit in den Himmel nahm. Das war der erste Punkt der Erstlingsfrucht. Aber es gibt noch eine andere Ernte. Es gab zwei Ernten in Israel. Und es gab noch die andere Ernte, die mit dem letzten Fest, dem Laubhüttenfest gefeiert wurde. Und hier am Laubhüttenfest war die Ernte eingefahren und das heißt, die war reif und man hatte die Erstlinge schon zu Gott gebracht. Und das ist wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Es gibt also eine Erstlingsfrucht dort, wo Jesus aufersteht und sie in den Himmel nimmt. Aber es gibt auch die Erstlinge bei der zweiten Ernte sozusagen, wo dann die Früchte und das andere eingeholt wurde. Und darauf bezieht sich der Jakobus. Es gibt also eine Erstlingsfrucht. Es gibt Erstlinge der Geschöpfe Gottes. Und die will er vorbereiten. Zu denen will er sprechen. Das ist sein Ziel. Und er wiederholt es in seinem Brief, wenn man durchgeht. Am Ende kommt er dann zu der Schlussfolgerung. So er sagt im Kapitel 5, Vers 7, so wartet nun geduldig ihr Brüder bis zur Wiederkunft des Herrn. Die Wiederkunft des Herrn ist die Ernte. Das Laubhüttenfest im Bild wurde bei der Ernte gefeiert. Und wir werden das Laubhüttenfest feiern, wenn Jesus kommt. So das ist das letzte Fest, das wir feiern werden in diesem Zyklus des Erlösungsplanes. Nach der Wiederkunft Jesu wird dieses Fest der Laubhütten gefeiert. Aber davor müssen die Erstlinge da sein. Ihr Brüder bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So, jetzt wird nicht nur die Wiederkunft Jesu gemacht, erwähnt, sondern auch sie wird genauestens verglichen mit der Erntezeit. Und jetzt wird mit der Erntezeit verglichen, dass davor die Ernte kommen kann, muss sowohl der Frühregen als auch der Spätregen passiert sein, damit die Ernte reif ist. Der Frühregen macht alles, dass es wächst und der Spätregen vollendet die Reife. Es ist ein Bild aus der Natur, aber Gott hat es genommen, damit wir verstehen, was er damit meint. Und wenn beides gekommen ist, der Spätregen am Ende, dann erst sind die Erstlinge fertig. Dann erst sind die Erstlinge fertig. So wartet auch ihr geduldig. Man muss warten auf die Erde. Die Geduld, werdet ihr sehen, ist ein durchgängiges Thema des Briefes des Jakobus. Wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. So, für wen schreibt er denn, war die Wiederkunft, als er diesen Brief, so man sagt, etwa 40 bis 49 nach Christus schrieb, war das damals die Wiederkunft nahe? Mit Sicherheit nicht. Oder denken wir, der Jakobus wusste nicht, die Zeiten zu berechnen? So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Das heißt, streitet nicht. Wir werden sehen, er hat viel mit Streit zu sprechen, was das heutige Situation der Gemeinde ist und des Volkes Gottes. Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. So, die Situation, zu der er schreibt, ist, er möchte die Zwölfstämme ansprechen und er möchte sie zu Erstlingen machen, aller Kreatur, damit sie bei der Ernte vorbereitet sind. So, bei der Erstlingsfrucht, das Wozu ist, weil ich zur Wiederkunft, es geht um die Wiederkunft Jesu, es geht um die Ernte einzufahren. Erstlinge fährt man beim Ernten ein. So, er hat ein festes Ziel für das, was er will. Es geht ihm nicht um etwas Zufälliges. Er will nicht die Christen im Irgendwo in Verteilt auf der Welt zu irgendeiner Sache aufmunten, die man sagen könnte, ja, lebt etwas christlicher, tut etwas besser. Wir werden sehen, seine Ratschläge sind alle klar und deutlich und schön, aber wenn man nicht die Perspektive hat, wohin das führt, was hat er Jakobus im Sinn gehabt? Und er verrät es uns. Er verrät es uns und er sagt es uns durch sein Schreiben, indem er sagt, einmal wie er sich vorstellt, dann wie die Stämme, zu wen es gilt und wohin er kommen will. Er will zur Ernte kommen. Er will Menschen vorbereiten, dazu bringen, dass sie Erstlinge sind seiner Kreatur. Und die Themen, die er anspricht, in diesem Zusammenhang. Man jetzt die Themen nimmt. Die Themen des Jakobusbriefes. Sie sind sehr praktisch. Der Jakobusbrief ist, wie alle Briefe der Schrift, praktisch, aber der Jakobusbrief hat sehr, sehr klare Anweisungen, die er gibt in der Praxis. So, was sind die Themen? Das erste Thema, mit dem er anfängt und mit dem er beendet, ist ganz groß geschrieben, die Geduld. Wir finden das gleich am Anfang, im zweiten Vers. Meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Und dann kommt der dritte. Da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren, schreibt hier die Schlachter Übersetzung, was nichts anderes als Geduld ist. Standhaftes Ausharren. Okay? Ausharren. So, das ist das Ziel. Und mit was beendet er? Wir haben es gerade gelesen, die Texte, dass geduldig, ihr Geschwister oder ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. So wart auch ihr geduldig, stehlt eure Herzen, denn die Wiederkunft ist nahe. Und dann säuft nicht wieder an, das heißt, versucht euch nicht zu streiten, denn der Richter steht vor der Türste. Zeit des Gerichts, in der wir stehen. Und dann kommt er und sagt, nehmt, Brüder, meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Und dann bringt er einen Menschen, der den schwersten Test überhaupt getragen hat in seinem Leben, und das ist der Hiob. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren, die geduldig sind. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist von Mitleid und Erbarmen. So, hier kommt Geduld, Ausharren, standhaftes Ausharren, und das Beispiel, das gegeben wird für die Geduld, ist der Hiob. Sehr phänomenal. Er nimmt die Propheten, die die Eliten haben, aber aus den allen holt er den Hiob heraus, weil der Hiob passt genauestens zu der Zeit oder zu dem Test, von dem er am Anfang gesprochen hat, dass wir ausharren, ausharren, geduldig sind bis ans Ende. Und der Hiob war geduldig bis ans Ende. Die schwerste Prüfung, die ein Mensch in seinem Leben erleben kann, war und ist die Prüfung des Hiob. Und wir werden sehen, dass das ein Vorbild ist für die Prüfung der Menschen in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. So, das erste Thema, das er hat, das durch die ganze Geschichte geht, durch seinen ganzen Brief durchgängig, ist Geduld. Das zweite Thema, worüber es ihm geht, was er auch durchgehend zu betrachten ist, ist das Gesetz der Zehn Gebote. Er nennt es das Gesetz der Freiheit. So, das Gesetz ist es, was er als Thema, wir werden sehen, genauso durchgeht durch den roten Faden. Und dann kommt noch ein drittes Thema und ein viertes, wenn wir sehen, ein drittes Thema, das ist der Glaube kombiniert mit den Werken. Die Gerechtigkeit durch den Glauben ist ihm ein präzises Thema, das er anspricht. Das will er klar und deutlich machen und er macht es vielleicht am deutlichsten, ohne dass man in eine, in einen Fragezeichen kommen kann. Präzise, klar ist der Jakobus bei diesem Thema. Und dann kommt er natürlich auch noch mit einem anderen interessanten Thema und das ist das Thema der Vollkommenheit im Reden. Er sagt, dass wer seine Zunge im Zaum hält, das steht hier im ersten Kapitel, Vers 26, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Auf der anderen Seite sagt er im Kapitel 3 und so sagt er im Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann. Er spricht also von der Vollkommenheit, der Zunge. Er widmet fast ein ganzes Kapitel dem Thema, dass man im Reden vollkommen ist. Und dann führt er die noch andere Themen an, die Weisheit, das Zwischenmenschliche, warum die Gemeinden, warum die Christen untereinander streiten, das Thema der Buße und der Demütigung. Er schreibt in diesen fünf Kapiteln ein gesamtes Konzept eines christlichen Menschen auf und er ist sehr präzise in diesen allen. Aber was äußerst hervorträgt, sind diese vier Themen, die im Mittelpunkt des Ganzen stehen. Zufällig? Ich glaube nicht, dass der Geist Gottes irgendetwas zufällig macht. Wir müssen uns nämlich jetzt ein wenig in der Bibel fragen, wo finden wir die Erstlinge und von wo sind sie genommen? Und wir haben ja deshalb die Bibel und eine Konkordanz, dass wir das alles betrachten und wir finden, dass die Erstlinge aller Kreaturen mit Jesus auf dem Berg Zion stehen und das im letzten Buch der Heiligen Schrift in der Offenbarung. Und das steht ab Vers 1 Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm hundert und vierundvierzig tausend, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, der wir in Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten und niemand konnte das Lied lernen als nur die hundertundvierzig tausend, die erkauft worden sind von der Erde. Das ist eine spezielle Gruppe, wie es sich scheint. Es ist, sie können etwas singen, sie können ein Lied äußern, was niemand anders kann, weil das Lied hier zusammengehört mit einer Erfahrung. Und jetzt werden sie beschrieben. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Darauf gehen wir nicht ein, wobei wir wissen, dass Frauen immer eine Religion, eine christliche Gemeinde beinhaltet in der Heiligen Schrift und besonders in der Offenbarung. Und letztendlich ist es das Ausleben einer klaren, deutlichen Religion. Man ist Jungfrau, man ist in der Ausübung seines Glaubenslebens klar und deutlich und ungeteilt. Man ist nicht verdorben mit dem Wein der Hurerei von Babylon. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Sie sind also dem Lamm, folgen sie überhaupt hin. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. So, hier finden wir die Erstlinge. Und in ihrer Munde ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Throne Gottes. So, diese sind also die Erstlinge. Meint der Jakobus diese Gruppe von Menschen? Schreibt er und wendet er sich an sie? Will er sie für diesen großen Tag, für dieses Ereignis vorbereiten? Wenn man sieht, welche Eigenschaften sie haben, wir sehen diese Gruppe von Menschen in demselben Kapitel in Vers 12. Hier werden sie beschrieben als hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier ist, sagt der Luther, die Geduld der Heiligen. Das Erste, was so offensichtlich hervorkommt, ist die Geduld. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus haben, die sie bewahren, die sie kennen. So, zufällig, dass die Themen beim, bei dem Jakobus die gleichen sind. Wisst ihr, man braucht immer Geduld, aber um das Ereignis, was es hier geht, um das Ereignis, wo durch Hiob durchgegangen ist, da braucht er mehr als die Geduld, die ein normaler Christ, sage ich jetzt mal, braucht, ein normaler Mensch braucht. Hier ist es etwas, was man braucht, was in einem Umstand der Zeit so entscheidend ist, mitten in der Anfechtung, mitten in der größten Not der Welt braucht man und so wissen wir, dass hier der Zusammenhang der Offenbarung 13, 14, 15, 16 die größte Not da ist, die es auf der Welt gibt, die schwierigste Zeit und in dieser schwierigsten Zeit braucht man die Geduld Hiobs, das Bewahren der Gebote und des Glaubens an Jesus und man hat eine vollkommene Stimme, das heißt eine vollkommene Zunge in ihrem Munde ist kein Betrug gefunden worden. Jesus selbst sagt in Lukas 6, Vers 45 Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über, das heißt die Zunge spricht das, was im Herzen ist und der Jakobus schreibt uns, dass die Zunge nicht zähmbar ist von einem Menschen. Ich möchte mal den Text in Lukas lesen, damit wir ihn genauestens verstehen. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. So im Munde ist das Herz. Ihr müsst wissen, der Mund verrät immer die Person, wo sie steht, in wessen Dienst sie ist, als Jesus, als der Satan zu Jesus kam, war er gekleidet als Engel des Lichtes, nichts wies hin, dass er ein Verführer ist, aber sein Mund, seine Zunge verriet ihn, was in seinem Herzen ist. So man kann aus den Worten eines Menschen sehr viel wissen, was in seinem Herzen wohnt. Man mag das eine gewisse Weile verbergen können, aber der Stresstest, die Notsituation wird genauestens offenbaren, was im Herzen ist. So die Frage, die wir uns stellen müssen, spricht Jakobus von den 144.000 schreibt er ihnen einen Brief, aus welchen, woher kommen denn diese 144.000? Woher, wo wissen, wo werden sie das erste Mal erwähnt? und wir finden, dass diese 144.000 im Kapitel 7 von Offenbarung deutlich beschrieben werden. Ab Vers 1, Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehte über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. In der prophetischen Sprache sind Winde, Kriege und Schwierigkeiten und so werden hier sozusagen die Kräfte des Bösen oder das des Vernichtenden zurückgehalten, damit es nichts passiert. Und es steht warum. Und ich sah einen anderen Engel, der vom Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, die Erde und den Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädige die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israel. Und jetzt werden alle Stämme ausgesagt, aus dem Stämmen Sohn des Josef drin und das ist der Manasse, der die Stelle von Gad eingenommen hat. So, hier wird jetzt deutlich, warum oder woher die Zwölf, die Erstlinge kommen. Die Erstlinge sind die 144.000 und die 144.000 ergeben eine Zahl, jeweils 12.000 aus den Zwölf Stämmen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Jakobus hier nicht ohne Sinn sich selbst bezeichnet, ein Knecht Gottes und Jesu Christi und er schreibt den Zwölf Stämmen Israels, damit sie Erstlinge aller Kreaturen sein. Und er beschreibt ihre Qualitäten, was sie haben müssen, damit sie sich qualifizieren dafür. Und hier wird uns gesagt, es sind die Zwölf Stämme Israels. Nun, woher soll Gott Zwölf Tausend aus jedem Stamm nehmen, wenn die Stämme alle oder die meisten davon nicht einmal mehr existieren als Volk Israel. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass die Schrift sagt, dass alle Gläubige letztendlich Kinder Abrahams sind. Und der Apostel Paulus ist derjenige, der das uns näher in seinem Römerbrief erklärt. Er möchte den Römen deutlich machen, dass sie eingepfropft sind in einen Stamm. Sie sind nicht sozusagen parallel zu dem Volk der Juden. Nein, sie wurden eingepfropft in den Stamm So ist es entscheidend, dass wir verstehen, dass die alle Menschen letztendlich in Israel und Israel steht für Christus und er ist ein Symbol als Christus dem Jakob dem Namen änderte in Israel sagt er du hast mit Gott gekämpft und mit Menschen und hast überwunden da finden wir dass Israel oder der Jakob und dieser Name Israel Christus versinnelt so in Christus sind wir alle eingepfropft aber wir sind eingepfropft in einen Stamm und das sind die zwölf Stämme Israels Gott gibt nicht auf die zwölf Stämme deshalb werden alle Menschen die erlöst werden in irgendeinem Stamm dieser zwölf Stämme hineingepfropft das heißt wahrscheinlich sind das die zwölf unterschiedlichen Charakter Charaktere von Menschen und sie werden alle dahin zusammengetan weil wir kommen nämlich nicht in den Himmel oder in der in der Stadt Jerusalem die hat zwölf Tore und auf diesen zwölf Toren stehen die zwölf Namen der Stämme Israels und und Stamm so wie es die Ordnung war auch in Israel und wie wir wenn wir sehen das lage wie es aufgebaut ist war damals als das wie Gott das angerichtet angeordnet hatte dann geht jeder zu dem Tor der Stadt hinein wo sein Erbteil ist in der Ordnung die Gott gemacht hat und Gott ist ein ordentlicher Gott so werden alle Menschen alle Heiden wo auch immer sie kommen zu einem Stamm oder in einen Stamm eingepfropft so steht es im Römer Kapitel zwischen Kapitel 9 und bis Kapitel 11 so sucht es und lest es dort so entscheidend ist dass wir also verstehen wenn hier von den zwölf Stämmen die Rede ist es nicht darum geht dass es die wie soll ich sagen die fleischlichen Stämme sind weil es nutzt nichts dass du im Stamm Josef geboren bist das gibt dir kein Anrecht auf den Himmel weil du musst des Glaubens sein damit du auch wenn du geboren wirst im Stamm Josefs erlöst wirst genauso nutzt es mir nichts ich bin als Heide irgendwo geboren ich komme durch den Glauben in einen Stamm hinein in welchen auch immer ich weiß es nicht Gott wird uns wird wissen wie er das aufteist aber ich bin als Gläubiger in einem Stamm drinnen und ich bin in Christus aber Christus kommt aus aus zwölf Stämmen so das ist dann das was Gottes Aufgabe was wir eines Tages erfahren werden aber wichtig ist dass wir sehen wenn er zu den zwölf Stämmen schreibt dann schreibt er zu den zwölf Stämmen die vom Glaubens her Stämme sind und in diese Stämme hineingepfrofft sind aber es sind die zwölf Stämme Israels so versteht ihr auch wenn die fleischlichen die physischen Stämme zwölf Stämme nicht mehr existieren so existieren die zwölf Stämme trotzdem weil die die ich sage es mal ähnlichen Charakter oder gleichgesinnten Charakter haben werden in den Stamm eingepfropft dessen Charakter sie haben das ist meine Sicht aber auf jeden Fall ist sind die Stämme Israels heute existent weil sie sind die die des Glaubens sind die sind Israel nicht die geboren sind im Fleische deshalb sagt der Jakobus so wunderbar in seinem Brief wir haben es gelesen im ersten Kapitel Vers 18 nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit wir sind also gezeugt wir sind in die Stämme hinein gezeugt durch den Willen Gottes wir sind nicht gezeugt nach dem Fleisch nicht nach dem Willen eines Mannes nicht wir kommen nicht aus dem aus der der Erbschaft des Jakob wir kommen aus der Erbschaft des Christus Jakob ist nur ein Bild für Christus und so sind die zwölf Stämme das was aus Christus hervorkommt deshalb werden diese zwölf Stämme verewigt sein durch alle Zeiten weil das Volk Israel das Volk der Erlösten wird in diese Stämme hineingeproft sein und jeder wird in diesen Stämmen leben durch alle Ewigkeit so wichtig dass wir diesen Gedanken verstehen hoffe ich dass der Jakobus das Bild der zwölf Stämme im Kopf hat die zwar Israels Stämme sind weil er weiß dass die Gläubigen alle irgendwo eingepfroppt sind aber es sind Gläubige die geboren die neu geboren sind und die möchte er jetzt vorbereiten damit sie Erstlinge seien der göttlichen Schöpfung so das ist die eine kurze Erklärung und wieso die Erstlinge aus den zwölf Stämmen sind aber es ist noch etwas wichtiges warum der Jakobus sich als Knecht bezeichnet er möchte sich identifizieren dass er als Knecht genauso für diese Leute kämpft die in den letzten Tagen leben werden denn hier steht in Kapitel sieben in der Offenbarung dass man die Knechte der Gottes versiegeln soll an ihren Stirnen und in Kapitel 14 haben wir gesehen sie haben den Namen des Vaters und des Lammes an ihren Stirnen so sie sind Knechte Gottes und des Lammes und das damit beschreibt sich der Jakobus als ein Vorrenner er sagt ich bin auch ein Knecht Gottes und des Lammes Jakobus Jakobus nicht unter die 144 weil er lebt nicht am Ende der Ernte sondern er lebt in der Geschichte am Anfang und so viel er und schreibt er so schreibt der Heilige Geist durch ihn für die letzte Zeit wer sind diese 144 1000 das steht hier sie sind ein Gegensatz zu der großen Schar die vor dem Thron ist und dann sind sie mit wohl anderen weißen Kleidern gekleidet das sind eine separate Gruppe und diese separate Gruppe wird dann beschrieben von einem Ältesten ab Kapitel 13 und ich sprach zu ihm Herr du weißt es und er sprach zu mir das sind die welche aus der großen Trübsal gekommen sind und haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel und der auf dem Thron sitzt wird sein Zelt aufschlagen über ihnen und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten auch wird sie die Sonne nicht treffen noch irgendeine Hitze wisst ihr dass die die durch diese große Drangsal gehen diese größte Drangsal die es hier gab das ist wir werden sehen das ist der Zorn Gottes der in den letzten sieben Plagen in der Offenbarung beschrieben wird und dort gibt es das starke das starke Scheinen der Sonne und die Hitze der Sonne und des Durst und des Hungers sie werden durch eine Zeit gehen müssen wo sie eine Geduld brauchen die übermenschlich ist denn das Lamm das mitten in mitten des Thrones ist wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen im Kapitel 15 werden sie noch einmal beschrieben und ich sah Vers 1 ein anderes Zeichen im Himmel groß und wunderbar sieben Engel welche die sieben letzten Plagen hatten denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet und ich und ich etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt und die welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier über sein Bild und über sein Mahlzeichen über die Zahl seines Namens standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes und sie singen das Lied Moses des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen groß und wunderbar sind deine Werke oh Herr Gott du allmächtiger gerecht und wahrhaftig sind deine Wege du König der Heiligen wer sollte dich nicht fürchten oh Herr und deinen Namen nicht preisen denn du allein bist heilig ja alle Völker werden kommen und vor dir anbeten denn deine gerechten Taten sind offenbar worden wisst ihr diese Gruppe die das die das Tier und sein Bild und das Mahlzeichen die Zahl seines Namens sind vier Komponenten dieses die sind die die durch diese große Drangsal gehen sie sind die 144 Tausend die es heute ja noch in dem Sinne nicht gibt weil es gibt noch keine es gibt noch kein Tier es gibt also das ist noch nicht in Funktion es gibt noch kein Mahlzeichen des Tieres es gibt noch keinen Kampf der jetzt da stattfindet der Kampf ist noch zukünftig und sie haben überwunden das Ganze und sie gehen durch diese trübselige Zeit wo die Engel mit den Schalen kommen und sie haben ein Lied zu singen und das ist genau das Lied was in Kapitel 14 erwähnt ist das niemand anders lernen kann außer die 144 und es wird das Lied des Moses des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sie singen ein Lied wenn man auf das Lied achtet dann sieht man es geht um die Gerechtigkeit Gottes nur sie können es singen weil sie gehen durch diese durch diesen Zorden Gottes der in den sieben Plagen vollendet ist und sie können am Ende dieser sieben Plagen dieses Lied singen und sagen ja Gott du bist gerecht wer sollte dich nicht fürchten gerecht und wahrhaftig sind deine Wege du König aller Heiligen sie bringen dieses Lied als Vollendung und sind mit allen Gerichten Gottes einverstanden sie werden nicht direkt geplagt von den Plagen aber sie gehen da durch sie erleben es sie sehen es mit ihren Augen sie dürsten sie hungern sie werden zwar nicht von der Hitze der Sonne kaputt gemacht aber sie vernehmen alle diese Dinge und sind unter Verfolgung und Not von den anderen Menschen und sie können sagen dass Gott am Ende gerecht ist und dass alle Völker vor ihm sich beugen werden und ihn anbeten so das sind die erstlinge die von der Erde erkauft sind sie sind die einzigen die durch die durch ihr leben nicht also die nicht sterben werden sondern so wie es Paulus erklärt wir die wir übrig bleiben in Thessalonicher 4 werden verwandelt wird und wir werden nicht denen zuvorkommen die da schlafen weil die werden auferweckt werden zur Zeit der siebten Posaune und dann wird das Geheimnis Gottes offenbar werden und dann werden die anderen verwandelt so die 144.000 sind die Erstlinge sie werden von der Erde erkauft Gott und dem Lamm als eine besondere Frucht sie sind das was versinnbildet wird durch die Erstlings Frucht bei der Ernte am Laubhütten fest und diese sind es die eine Erfahrung mit sich bringen die eine Erfahrung haben müssen die ist mehr als die Erfahrung sage ich jetzt mal eines normalen Christen eines Christen der noch nie erlebt hat der noch nie gegangen ist denn es steht hier in diesen sieben Plagen ist vollendet der Zorn Gottes das hat niemand erlebt das wird niemand erleben außer den 144.000 deshalb brauchen sie besondere Qualitäten und um diese vorzubereiten schreibt der Jakobus im Auftrag des Herrn als Knecht Gottes und Jesu Christi schreibt er diesen Brief an die zwölf Stämme sein Ziel ist dass das Werk beendet wird er schreibt an eine spezielle Gruppe mit einem speziellen Auftrag deshalb ist sein Brief nicht irgendein Brief ja jeder Christ in allen Zeiten konnte und kann aus dem Jakobus Brief was lernen weil dort sind Dinge die für das allgemeine Leben notwendig sind aber im Jakobus Brief da geht es um ein wenig mehr da geht es um die Erstlinge zu sein deshalb ist der Jakobus Brief spezialisiert deshalb ist er auf diese auf den schwersten und größten Härte Test den es geben wird in der Menschheits Geschichte muss er das Volk vorbereiten und deshalb fängt er auch mit dem Härte Test an und sagt wenn ihr in Schwierigkeiten kommt liebe Leute liebe Brüder dann achtet es für Freude weil ihr musst es erfahren ihr müsst durch etwas gehen was dann euch die Kraft gibt zu stehen als Erstlinge am Ende wenn ihr empfangen habt den Frühregen und Spätregen und das alles macht einen wunderbaren Sinn wie er das schreibt und es ist auch nicht zufällig dass er am Ende seines Briefes mit einem Mann beendet der als nicht Sterbender in den Himmel genommen wurde nämlich Elia sagt es gerechten gebet vermag viel wenn es ernstlich ist ihr müsst wissen dass durch die zeit der trübsal so erklärt es jesus sie werden schreien zum himmel tag und nacht und jesus sagt glaubt ihr er wird sie nicht er wird sie nicht erretten aus ihrer not sie werden in ihrer not errettet werden sie werden als gerechte zu gott flehen und er wird ihnen sie aus der größten not die es gibt auf dieser welt herausholen sie werden angefeindet sein und sie werden verurteilt sein und sollen getötet werden und sie werden es doch nicht weil gott wird eingreifen und seine heiligen seine erstlinge retten so wie er den elia ohne dass er starb zum himmel nahm so werden auch die letzten menschen die 144.000 12.000 aus jedem stamm vorbereitet und versiegelt damit sie durch diese zeit gehen damit sie dem lamm nachfolgen wo auch immer es geht der jakobus brief ist für die die zu den erstlingen gehören werden ihr sage ich jetzt mal anleitung dass man dahin kommt jakobus brief ist ein von gott geschriebenes werk in kürze mit einem präzisen ziel ziel ein volk zu bereiten für die wiederkunft des herrn nicht etwas allgemeines nicht es geht nicht um alltags leben beim jakobus nein beim jakobus geht es um das ziel zur ernte hin zu gelangen ein volk vorzubereiten das erstlinge ist und die stehen werden und geduldig sein bis sie empfangen den frühregen und spätregen die auf die wiederkunft jesu warten die dafür arbeiten die alles dran setzen die weg tun jeden streit und jede auseinandersetzung mit anderen menschen und sich fokussieren auf den richter der da kommt und vor der tür steht und sie werden es wenn sie auf gottes geist und stimme hören durch das studium des jakobus briefes vorbereitet für das ende ist es nicht erstaunlich wie gott seine briefe schreibt lange jahrtausende bevor und für die die geistlich gesinnt sind werden die botschaft verstehen und sie werden sagen ich will und ich nehme mir diesen brief und ich werde ihn punkt für punkt ausleben in die tat umsetzen damit ich vorbereitet bin unter die erstlinge zu kommen ich möchte einer dieser erstlinge sein deshalb verbindet mich so viel mit dem jakobus brief deshalb ist er mir so lieb gewonnen und er war auch der erste brief er war wenn wir nächstes mal sehen werden das erste die erste erfahrung die ich mit gott machte nach meiner wieder bekehrung vor elf jahren war im zusammenhang mit dem jakobus brief und das wollen wir in den nächsten stunden sehen wenn wir in die details der themen hineingehen aber lasst uns das mitnehmen das ziel des jakobus briefes ist die vorbereitung der 144000 damit sie stehen vor gott und vor dem lamm willst du zu ihnen gehören willst du dir diesen brief zu herzen nehmen und wirst du all das was dort steht in die tat umsetzen damit du auch erfüllst ich sag mal das sehnen gottes endlich dieses drama auf dieser erde zu beenden herr gebe uns diese klarheit dass wir diese entscheidung in unserem herzen treffen und sie mit allem was wir können verfolgen Amen